Hallo liebe Gemeinde, hier kommt mein Sommertipp zum Wochenende, wenn ihr im hohen Norden der Republik wohnt, nämlich in der Nähe von Wesselburen im Kreis Dithmarschen, das ist in Schleswig-Holstein. Da gibt es heute am 8. und morgen am 9. September 2023 die ersten Hebbel-Tage. Friedrich Hebbel, berühmter Dramatiker, gibt es heute noch in der Schule mit seinem Stück Maria Magdalena und auch im Theater kommt er immer noch vor mit seinen Nibelungen oder auch mit Gügis und sein Ring. Der Titel ist ein bisschen sperrig, aber haltet euch fest, es geht um einen unsichtbar machenden Ring. Ich habe natürlich eine Playmobil-Version davon beigesteuert, die heute Nachmittag ihre Uraufführung dort erleben wird. Ich selber bin zwar nicht da, ich glaube aber es ist eine ganz tolle Veranstaltung mit ganz vielen Angeboten, um Hebbel näher zu kommen. Es gibt sogar ein Gebäck, das nach ihm benannt ist. Es gibt Quizze und viele andere Aktivitäten. Wenn ihr in der Nähe seid, schaut doch mal rein, das wird bestimmt ein schöner Ausflug. Heute oder morgen Hebbel-Tage in Wesselburen. Macht's gut. Tschüss.